Das ist es. Ich hatte leider schon wieder seinen Stunner-Brave schon. Was zum... Da! 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 Das ist Chasing! Egal was die für Angriffe machen! Die treffen immer! Die treffen immer! Und wenn die gegen die Wand schießen! Die treffen immer! I won't lose to you! So sieht's aus! Ich muss seine Braves so dringend wie möglich halten. Zack! Ja, das ist nämlich... das Moid-3 nämlich nicht so schlimm. Ich bin hier. War ja klar was zum Nein Nein Ha How is that sucker Yes Thump shot Jetzt stirp Stirp Kaffee Stirp Nein Nein F*** dich, nichts ist mit X-Mode Oh, endlich I don't have time for this I don't have time for this week But I have time for donuts They are only a few levels above me, but they have something else for an Equip Boom Hm Das kann ich eh vergessen Windmove in 20 Sekunden Hm Was zur Hölle Habe ich was falsch gemacht? Ich glaube, ich habe was falsch gemacht, weil sonst Ich komme doch gerade in das Teil ran mit Ja, das ist wieder so eine Verarsche, wo du gar nicht überhaupt irgendwo rankommen kannst Hm My, you're so plat Ja This is a trial This is it Ja Jawoll Dodged Genau, Dash wird gegen die Wand Würde ich auch so machen Warte Ja, ich auch This is Mr.Band von Kopfmann Ja, mit Revolver Drive Eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen chargen Es ist richtig mega, aber nein Oh Gott Victory is absolutely good Ich glaube, das sagt gar nicht mehr Girl, I'm talking to a wall Was ich schade finde Das war eigentlich sein coolster Spruch Ich will immer eben mit ner Wand reden Ja, ich rede immer mit ner Wand Das macht Spaß Andererseits, Moment, wenn ich den jetzt besiege Vier Auf Drei runter Auf Vier Ah, dann wirds was Dann könntes was werden Wenn der hier das Feld kaputt haut Dann Ogenix Haha Press Garland You suck How Going down Oh, ich habe zwei Erfahrungen bekommen Nicht schlecht Hm Victory is absolute Und eine Dämonenseele Ach, ich wollte immer eine Dämonenseele so richtig schön böse Ahahahahaha Freischalten, freischalten Hahaha Ahahaha Ahahahahahah Ahahahahah Ahahahahaha Das ist nicht fair, das ist nicht fair oder? Nö? Oh man, ich glaube ich habe keine Wahl. Na, die kennen wir doch. Cosmos wished to be free, but ended up pleading for death. The god of discord should follow soon. What exactly is it that you want? Das sind nämlich die charakterspezifische Szenerie. Achso. Oh ja, klar. Compressed me. Compressed time. Da kennen wir doch irgendwoher. Final Fantasy VIII. Mhm. Get over yourself. Why do you interfere? Because I hate you. You are the same as I. Trying to create an ideal world. Maybe so. But... I also have a promise to keep you. I have hunger to keep you. Even that will dissolve, when I compress the world and make it mine. Blah, blah, blah. Poor child. It is such a misfortune that you had to be born in my world. Pass auf, sonst hast du gleich hier einen Schwett in deiner Ahnung. You are a misfortune. Was in being my enemy. Hehehehe. Boah. Tja, dein Pech. Dass du mein Gegner bist. Ich sag... Schieb jeder Schwert in deiner Ahnung. In eine Ahnung. Er ist hier. Versus Ultimesia. Oh nein, das werde ich nicht machen. Das werde ich mal schön aufheben. Und tschüss. You are fucked. Aber echt mal. Schwing, schwing. I'll take you all again. Mies. durchgefickt und legen gelassen. Time waits for no one. You can grab it. But it flies as soon as you loosen your grip. Ah, ja. Da stimme ich zu. Ach, du hast doch komische Wünsche. No one can take away our time. But all is destined to fade. Merely to be swept away by each moment. Und death. Das kam cool. So ein badass motherfucker. I couldn't stand a day without a past or future. I need to live each moment to keep fighting. Hier and now. Und epic wegrenning. Leon, das ist manchmal so ein badass motherfucker. So. Fünf. Hm hm. Da hab ich nämlich ein Problem. Guck hier. Geht auf vier runter. Nur. Hm hm. Moment. Plus eins. Das ist unmöglich. Da wär ich mir nicht so sicher, wenn ich den mal genauer checken könnte. Link. Sight. Reveal to pieces in all enigma areas. Deu usa cit silence. Ab breakup. Thema 184.